Heute ist Miethoff der Efteljahre 2017, es ist 23.51 Uhr, ein ganz kurzes Video abwehrend Kategorie Ich will es euch gesagt haben. Aus ganz 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 anderen Gründen wieder als zuletzt thematisiert, möchte ich euch darauf hinweisen, wohl meinen Ratschlag. Ich habe bekanntermaßen diese angebundenen Leuten eine Ratschläge zu geben, auch wenn sie mich nicht darum suchen. Selbst Lasset ab von Albionten. Im Sinne von, ich habe schon einmal erklärt, dass Albion der Prime Enemy of Mankind ist. Mir ist gerade wieder gedämmert, was alles Albionten so getan haben in der Vergangenheit. Und ich weiß schon, ihr seid ultra verzweifelt und sucht nach allem, was euch in Ohr spudert oder sich von euch in Ohr spudern lasst, aber ihr müsst es irgendwo fast nach Korea oder sonst irgendwo hin, irgendwo fiends anders als für Albionten. Lasset ab von Albionten. Ich möchte es euch nur gesagt haben. Ich will mir dann in eurer Todesfolter nicht anhören müssen. Ich hätte euch ja nicht gewahrend. Nur der vollständige Teil war abgehend. Lasset ab von Backeleien und nicht, noch einmal, nicht thematisch, was du lesbische Wochenende ist, diese Scheiße mit dem Detective Constable oder sonst irgendwas. Es ist nicht, worum es geht. Es ist ganz 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 was anderes, ganz allgemein. Lasset ab von Backeleien und Blutnissen und sonst irgendwas mit Albionten. Was auch immer von diesem kleinen Inselchen. Lasset ab davon abgehend. Nur damit ihr es klärt habt. Kein Scheiß, ganz ehrlich.